Ich mag dieses Level nicht! Du speicherst? Ja, ich kann auch mal speichern. Ich konzentrier mich bei diesem Level nicht, ich mag das nicht. Springen, springen, spinnen, springen. Nein, springen, spinnen. So heiß. Willst du mir jetzt eigentlich was zu essen holen und auf Toilette gehen? Mach doch. Okay, hoffentlich stebst du nicht! Dann stehle ich extra! Daaa! Hat er nicht mehr gehört! Weil so ne Pfeife ist! Da war nix! Ratte! Hallo! Doink! 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 Mach ja nicht auf Flash, ich hole ja trotzdem die Sachen hier. Wenn ich da schon ran komme. Doink! 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 Boinkie Boinkie Doinkie Boinkie! Ist hier noch irgendwas? Ne! Ist hier noch irgendwas? Wo war das? Wo war das mal? Ne, das war ja das, wo man hier leicht hin ankommt. Ach ja! Halt auf die Bananen! Machen wir das so! Einfach mal Trudelü, Trudela, Trudelalala! Warum kann man hier rein? Ist hier was? Ja! War Münzen sogar cool! Das wusste ich nicht mehr! Bam Bam! Der Papagei! 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 Papapapagei! Gei! Gei! Ich weiß Leute, ich hab nen Schaden! War ja klar, dass ich das nicht schaff! Ich bin auch zu blöd! Ich bin auch zu blöd! Das war schlecht! Ach guck mal! Nehmen wir uns das noch! Na, das wirkt sie natürlich! Ja, stimmt ja! Nein! Oh fuck! Was schlechte ihn! Was? Ich glaub das war ein bisschen zu früh! Ich habe es gesehen! Ich habe es gesehen! Ja! Ich glaub das war ein bisschen zu früh eben! Ja, ein bisschen! Nom 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 nom! Nom 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 nom! Mhm! So! Der Typ ist nur am Fressen! Nur! Ne! Das ist wirklich so! Nein! Der hat vonerst nen Döner gefressen! Und jetzt ist er schon wieder! Hm! Und was frisst du jetzt? Weiß ich nicht! Erstmal zurück! Ich weiß, dass ich gleich wieder da bin! Ich sterb doch gleich! Du konntest doch nicht einfach gehen! Der geht einfach! Ich könnte doch sterben! Ich mach wachen Sachen hier mit mir! Jetzt können wir jetzt wieder die Dinger! So! Oh! Ich bin tot! Ich bin tot! Keiner schläft einfach nicht! Der hat es geschafft! Zumindest da! Ich komm hier schon! Ich komm hier schon! Ich komm hier schon! Ich komm hier schon! Hä? Sag nicht! Du hast ja gerade was zu essen geholt! Ich hab Mais geholt! Ach so! Komm ich gerade in die Küche! Sie hat noch angewiesen! Lol! Ja, Benni! Ich hab sie ausgemacht! Jetzt schon mit Bendy! Ich bin topfit! Merkt man auch gar nicht bei mir, oder? Nö! Nö! Ich bin ja überhaupt nicht aufgedreht! Äh! Bist du so immer! Hm! Aber nicht wenn ich müde bin! Das weißt du! Fuck! Hallo! Dann bist du groggy! Tot! Stier! Jetzt fressen wir! Spinne! Ah! Spinne! Dürfen das eigentlich Leute mit Spinnphobie eigentlich spielen? Ähm! Keine Ahnung! Ich glaub ich weiß gar nicht ob die das spielen würden! Ich weiß gar nicht wie das ist! Krebs das doch einfach in die Kommentare! Hehehehe! Hm! Topf! Die Wette gilt! Topf! Die Wette gilt? Hm! Dann hol ich mir halt das hier nochmal! Komm! Wow! Ja ne! So! Expertenziell geil! Hast du's gemacht? Nö! Hab ich verkackt! Also verkackst du's nochmal! Kann sein ja! Ha! Na ja! Nö! Sag da nix! Muss auch nix! Ich bin aber zu doof mit dem Papagei! Kip! Bananen! Meine! Arschloch! Deswegen hast du auch damals in Donkey Kong 2 Gott sei Dank hast du das Rennen nicht gehabt! Mit dem Papagei! Ihr bist doch gestorben! Ja! Ich weiß! Ha! Mensch! Ha! Kea! Weißt du was? Welch? Halt mal! Das ist... Das ist so gemein die Stelle! Ne außer mal hat zwei... Voll runtergerutscht! Voll runtergerutscht! Hast du das grad gesehen? Außer mal hat zwei Donkey Kong, dann springt man einfach auf dem Ding drauf! Ah! Fuck! Jetzt häng ich an dem da rum! Hallo ich häng da oben fest! Es ist nicht viel besser! Ja! Oh mein Gott! Lass dir schmecken! Na danke! Eis! Na 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 na! Ball! Ich will jedes Mal eine Aufnahme futtern! Ja klar! Ich muss ja auch... Halt! 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 Fällt dir da ein Schokoeis an! Jupp! Mein Mann! Ich schaff das nicht! Oh mein Gott! Ich bin hier so einer! Ey! Futter mit die Schokokruste ist weg! Ja! Und das andere Eis könnte ich da wieder wegschmeißen! Ne? Und das andere... Ich könnte alles so runteressen, aber das andere mag ich dann einfach nicht mehr! Ah! Na ja! Danke! Ach! Dann... Geh mich auf Eier! Ah ja! Ja! Das gleiche muss ich das mitnehmen! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Das hat aber geholfen! Oh! Ich hab kein... Kein Nö-Nö mehr! Hast kein Pipi in der Nase mehr! Jaaaaa! Uuuuh! Wie oft bist du gestorben? Drei Mal, vier Mal... Nimm so! Vier Mal auf jeden Fall bestimmt! Ich muss ja auch noch mal eis beiseite legen! Ja natürlich! Weil du es nicht zocken kannst! Außer du hältst es mit dem Mund... Ja, aber das wird ein bisschen kalt nach der Zeit! Oh, 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 oh! Er muss halt jetzt... Mein Gott, es ist doch einfach! Hab ich da auch mal getan! Hast du, wie ich stört das? Ich kann aber nicht mit einem anzocken und dann... Kannst du mal... Kannst du kurz... Kannst du kurz... Lass... Auf dem Bein legen oder so... Tust du einfach dann... Schlecken! Ahn! Du stirbst immer an dieser Stelle, ne? Ja... Oder verlierst du immer einen? Merk... Merk... Hm? Hast du es gesagt? Ich habe gesagt, ich merke es und bin schon wieder gestorben... Was war das hier? Weiß ich nicht... Das war ja nix... Hast du... Das war dir geleckt oder? Ne... Ich bin einfach nur runtergepackt... So... Naaaaaah... Ja... Oh nein... Ich weiß die... Ich weiß die Tasten kommen jetzt noch nicht... Okay... Ich weiß nicht wo X ist... Eins... Zwei... Drei... Oh... Du kannst das doch! Okay X ist da! X ist wo vierk ist... Hast du gespeichert? Ja, ne? Ich mach das jetzt! Aha... Ba-bam... Ach, war der Boss, ne? Ja... Naja, das war ja die Spinne... Stimmt ja... Also bei der war ich auch noch... Ah ja... Da ist die eigentlich besser, ne? Mhm... Genau, das ist das... Ja, irgendwoher kommt die Spinne mir bekannt vor... Aus dem Titel? Ne... Gab sie nicht in der Eingangsspiel auch? So ähnlich? Naja... Gab es auch... Ja, ne? Hm? Ja... Welches Spiel war denn das? Keine Ahnung... Ich frag mich nicht mehr... Hm... Mickey Maus war das... Das war das Mickey Maus Spiel... Oh, wer streibt mich denn da jetzt so an im TS? Weiß ich nicht... Ah, ah! Was denn? Das immer geht nicht... Ist mir auch egal... Ganz ehrlich... Oh, kleiner... Oh mein Gott... Kann ich halt auch nicht gucken... Ah! Scheiß Ding... Echt? Ich sterb! Ich sterb! Oh, Fing... Du wolltest wahrscheinlich auch schon angestiegen... Ne... Ne? Ne... Warte, ich mach gleich... Ich guck mal ganz kurz was... Ja, mach doch! Mach doch! Ja... Und ich kann glaube ich hier rauszappen... Dann pausiert der, ne? Dann drückt doch... Ähm... Windows-Symbol... Ich hab rauszappen... Dann würde ich hier machen... Da kann ich weiterspielen... Windows-Symbol machen... Und... Ja, ja, bin schon... Servers an... Ich hab kurz auf mein Handy geguckt... Ne, der Server ist an... Ich hab keine Ahnung... Was der Vogel für Probleme hat... Hallo! Was ist denn? Ne... Ich wollte nicht im Takt der Spinne springen... Äh... 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 Noch mal rein... Mach ich das so... Dann sterb ich nicht noch mal... Hehehe... Yay, noch mal eine Münze... Määäh... 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 Flash... Ist so doof... Ist so doof... Ist so doooof... Bezahlte ist er, ne? Ja, klar... Ja, klar... Dann hat der doch heute verlängert... Okay... Ich hab... Beziehungsweise hat der rauf gemacht... Und dann automatisch verlängert... Eingestellt... Ja... Und bezahlte das seine Servers an... Hab ich eben schon gesagt... Ja, ja... Sicher... Es steht auch aktive Spieler... Sogar, dass die beide da sind... Na, keine Ahnung... Was er für Probleme hat... Komisch... Vielleicht ist das einfach nur zu doof... Zum Connecten... Fuck... Ist hier drüben eigentlich nicht gewesen... Achso, da komm ich ja von der anderen Seite, ne? Keine Ahnung... Ist mir auch gerade egal... Ja... Ich hab immer schnell schreiben können, ne? Nein, ne? Aber er sagt noch 2 von 30 gerade... Ja... Keine Ahnung, was da für Probleme sind... Wie für echt? Sonst startet... Startet sonst... Ne... Nicht mehr starten... Das ist das Problem, dass dann ja wieder was verloren geht... In der Zeit... Ja... Keine Ahnung... Machen wir gleich mal eine Viertelstunde... Machen wir gleich mal ne Pause kurz... Fuck... So, mal jetzt mal gucken dann... Ansonsten haben wir das gleich... Dann haben wir uns den Downs... Na gut, Leute... Dann machen wir hier mal kurz nen Cut... Und sehen uns dann gleich wieder... Tschüss... Tschüss...